Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute gibt es mal wieder ein Creed Clan Turnier. Heute wird das Ganze aber auch ein bisschen anders aufgebaut sein als die anderen Male. Sonst machen wir entweder immer ein 1 gegen 1 Turnier, ein 2 gegen 2 Turnier oder keine Ahnung was. Aber heute, liebe Freunde, wird es 16er Zone Wars geben. Das heißt, die Leute werden heute in 16er Zone Wars gegeneinander spielen. 15 Leute sind glaube ich dabei, ich bin der Zuschauer. Diese Leute werden dann, wie gesagt, die werden alle Runden in der Web fertig spielen. Und die 4 Besten, also Platz 1, 2, 3 und 4, die in Zone Wars am Ende rauskommen, werden dann in ein 1 gegen 1 reingehen. Heute sind auf jeden Fall ein paar Special Guests dabei. Einmal hier Crystal, der hat 40.000 Euro Earnings. Sie kennen wahrscheinlich vor allem die PS4-Spieler von euch oder die Konzelspieler. Dann sind heute ein paar Bewerber dabei und auch viele Leute aus Creed. Ich denke, es wird heute sehr cool. Wir gehen rein ins Video. Und wenn ihr bei sowas live dabei sein wollt, dann geht gerne auf Twitch vorbei. Der heißt sich Tante Shanti mit zwei I. Und ich habe Geburtstag heute, hört ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Wird auf jeden Fall sehr cool. Los geht's. Ich würde sagen, wir starten. Ich spiele jetzt auch mit sogar die erste Runde. Ich weiß auch nicht, ob hier anderen Runden danach haben. Ich spiele fünf Runden insgesamt. Und ich bekomme nicht unaufgehäumt. Also wenn ich hier jetzt irgendeinen von den Creed-Leuten hol, dann sollte ich mir vielleicht selber die Creed-Rolle geben. Und euch die wegnehmen. Geht. Zusammenhang. Geht zusammenhang. Profi, Digga, du liebst immer noch. Ja, lief jetzt nicht so gut, Nungs. Was sollen wir machen? Und wir gucken jetzt Psycho-Crystal zu, Jungs. Okay. Digga, ich bin einmal weg gewesen. Ich hab's nur nicht gesehen. Vielleicht hat Pump nicht geschossen. Heiden ist auf Heiden. Ich glaube, er hat sogar Heiden danach geholt, oder, Chad? Okay, Chad. Also, ich spiele jetzt wieder mit, ne? Erste Runde fertig und Crystal ist gerade erster. Wo bin ich mit dir, Bruder? Wo bin ich mit dir, Bruder? Bruderherz, komm her! Komm her, mein Bruderherz! Wow, wow, wow! Unlucky, Bruderherz! Check dir, bis zum Häuser denn. Oh, wow, Wint! Wint! Wegen! Wint! 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 Nein An der Zone Was soll man machen Egal Okay Und wir gucken Assig zu Assig Hier auf Highground 2 Kill Spielt das Ganze sehr safe aus Und das ist doch nicht so safe 47 Kommt da hoch Und der kommt nicht alleine Sondern er hat Seine goldene Spaß mit dabei Trotz dem Profi Er ist auf Highground Und er macht ihn so Also nur er geht Für einen Zone Play Obwohl er nicht 100 Green Lave hat Und gewinnt das Keine Rücksicht auf Verluste Wenn ich sterbe, ist egal Kann ich eh zu gucken Okay, wir sind tot Teamer Wir können, wir sind ja Teamer sein Alter, der muss ja Teamer sein Er hat doch nicht Spaß, Schatz Er hat ja nicht Spaß Und es ist gar Was soll man machen Herr Kommissar Okay, Quitsch Okay Zesten Jetzt hier Ein Kill Und ist sich am Vorbauen Ist ja am Vorbauen Er will aber auch irgendwie Die Kills mitnehmen Er geht doch einfach In eine fremde Box rein Man sagt, der Mann hat nur Angst Vor Gott Okay Er geht einfach In einen fremden Turtle Geht jetzt hier trotzdem weiter Der ist by the way Controller Spieler Scheiß Das ist gut Die Maker Nächste Könnte man auch meinen Das ist ein Key, oder? Nee Oh Und er bekommt dann den Kill nicht Ja, okay Er hat echt gute Bekenntnis Man könnte echt Man könnte echt Man ist ein Key, oder? Ja, 32 Ja Okay, vom Aiming her Könnte man wirklich meinen Das ist ein Key, oder? Ja, man könnte wirklich meinen Das ist ein Key, oder? Ja Unlucky Und Best Sage Snowy Auf Highground Gibt den 27er Hat noch 400 Metzen Flopper Zwei Minis Und der Kollege ist auf Highground Und er wird das Ganze gewinnen Er wird das Ganze gewinnen Und er gewinnt das Ganze Ich habe mich vertaubt Zesten Wir gucken jetzt hier In der Zesten zu Drei Kills Und da stirbt er Leider weg Chats Und Hyten ist auf Highground Hyten Sehr krasser Spieler Hyten kennt ihr Hat auch schon Das öfteren Mal Sehr gut abgeschnitten In dem einen oder anderen Turnier Mit Preisgeldern Das Controller Und auf Highground Ist ganz gefährlich Chats Und der Leider auf Leider auf 900 Metzen Und er geht da in die Box Und holt sich den nächsten Kill Hat jetzt hier auch nicht Spaß Und eine P90 Okay, also das wird gar nicht mehr los Hier Chats Er legt die Leider auf Weg Für eine grüne AR Wow Halt Und geht da rein Mit dem 150er Geht das hier wieder zurück Auf Highground Und hat wieder 800 Metzen Liebe Freunde Geht da rein Nein Er geht Kommt in den WP Und stirbt hier weg Das hätte ein Headshot sein müssen Und Skyf jetzt hier E-Venancy Skyf Mit 7 Kills Wir sind jetzt hier schon in der Runde 4 Nächste Runde kann sich alles entscheiden Liebe Freunde Aber auch mit einem guten Sieg In der nächsten Runde Kann jeder noch in die Top 4 kommen Von Ding her Skyf holt sich den nächsten Kill Ist jetzt hier im 1 gegen 1 Oh das war es Das war es Der Edit war echt lost Und Crystal Liebe Freunde Hat sich jetzt mit dem Sieg Gerade in die Top 4 Hochkatapultiert Und sollte er da bleiben Kommt er auf jeden Fall gleich weiter In die 1 gegen 1 Unlucky kann man nichts machen Und wir schauen wieder Crystal zu Mit den 7 Kills jetzt hier Er müsste nicht mehr Kills machen Glaube ich Er müsste nicht mehr Kills machen Aber ich glaube Für ihn gegen so einen Tracked Teamworkspieler Ist das auf jeden Fall Ziemlich schwer Er macht hier den Kill Und ist in der Top 9 Ich glaube er hat die Top 4 Overall so gut wie safe Ja und er hat das Er ist glaube ich safe dabei Guck mal jetzt hier Eine Top 4 Situation Er wird wahrscheinlich Sogar noch einen Kill machen Er hat eine goldene Spass Goldene P90 Er ist Controller Geht hier rein Bekommt die Wand Und macht hier den nächsten Kill Da wird das Assig auch raus Crystal zeigt dir Dass er nicht ohne Grund Den Standard Skill Cup gewonnen hat Und die Top 4 sind Skyf Snowy Crystal Crystal und Swift 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 Vielen Dank.